Manche sagen, alles wäre festgeschrieben und man könnte nichts ändern. Ich heiße Mohammed, aber alle nennen mich Momo. Ich bin weise. Ich werde alles ändern. Madame Rosa verdiente Geld damit, dass sie auf die Kinder der anderen Huren aufpasste. Ciao! Rosa, ich möchte dich um etwas bitten. Momo, ich habe ihn als Pflegekind aufgenommen, gleich nach der Tragödie. Ich schaffe es nicht mehr. Ich bin bald. Zwei Monate und keinen Tag mehr. Solange du hier wohnst, hältst du dich an meine Regeln. Ihre Wohnung hieß im Viertel, das Versteck. Ich sage dazu lieber, Drecksloch. Aufhören! Wage es nicht, du wage es nicht. Ehrlich, der ist doch nicht ganz dicht. Rosa, wir reden von einem Kinn. Der ist nicht normal. Verdorben ist dieser Junge. Ich war in deinem Alter. Zum ersten Mal fand jemand, ich wäre es wert, dass man mir sein Vertrauen schenkt. Wenn man schon nicht mehr daran glaubt, dann passieren wunderbare Dinge. Du musst mir auch helfen. Alleine schaffe ich das nicht. Menschlichkeit ist nur ein Komma im großen Buch des Lebens. Mombo! Aber als Madame Rosa mich mit ihren großen braunen Augen ansah, war sie nicht nur ein Komma. Sondern das ganze Buch. Das ganze Buch-Zielmann Karl. Nessuno gibt dich. Ich binそ. Untertitelung des ZDF, 2020